Was geht ab zu diesem neuen Video? Hier sieht man schon eine sehr schöne Maranshänne in Schwarzkupfer. Die legen braune, dunkelbraune Eier. Da waren jetzt nochmal hier im Bild Araucana. Die stelle ich euch gleich noch etwas näher vor. Hier sieht man schon sehr schöne Italiener Hähne. Hier rechts haben wir anwerbende Bartzwerge. Genau, jetzt kommen nochmal ein paar Hennen. Die sind da im gecheckten Farbschlag. Als nächstes kommen wir zu den Vorwerkhühnern. Die Vorwerkhühner legen weiße Eier, die man jetzt hier unten im Bild sieht. Das sieht man schon daran, dass sie eine schöne, sehr weiße Ohrscheibe haben. Und genau, jetzt kommen gleich nochmal ein paar Hähne von Vorwerk. Hier, da sind sie nämlich, genau. Wirklich auch eine sehr schöne Rasse. Hier gegenüber haben wir schöne Rodeländerhähne. Ähm, genau. Die legen so braune Eier halt. Halt normal. Braune Eier. Nicht so wie bei den Marans, die wirklich extrem braune Eier legen. Hier sieht man schon eine sehr schöne Hühnerrasse und ungewöhnlich. I am Kimani. I am Kimani legen auch weiße Eier, obwohl man das gar nicht ansieht, obwohl sie eigentlich ja komplett schwarz sind. Als nächstes sehen wir hier schon sehr schöne Araucanerhähne. Die legen blaue Eier bis grünliche Eier. Hier unten auch nochmal im Bild zu sehen, schön. Da sieht man jetzt hier ein paar Araucanerhähne. Bei denen ist bloß die Zucht etwas schwierig, weil der Hahn keine Ohrbommel haben darf. Oder die Henne nicht. Beides geht nicht. Genau, da sieht man halt auch nochmal da eine sehr schöne Ohrbommel. Genau, jetzt kommen wir zu den New Hampshireen. Da einmal schon mal weiße. Und hier einmal in Goldhalsig. Hier sieht man einen sehr schönen New Hampshire-Hahn. Hier links haben wir auch nochmal einen sehr schönen New Hampshire-Hahn. Jo, und hier nochmal, wer bunte Eier sehen möchte, der guckt jetzt gleich in dieses Video, was ich jetzt hier verlinke.